Bevor das Video losgeht, Freunde, möchte ich euch ein richtig geiles Panzerspiel zeigen, und zwar World of Tanks. Und erstmal vielen Dank für die Kooperation in Wargaming. Die Jungs und Mädels haben sich nicht lummen lassen und ein richtig fettes Paket geschnürt mit Dick-Extras. Wenn ihr den Code Ehre jetzt eingebt und auf das Video klickt, erhaltet ihr einige echt krasse Boni, teilweise auch für bestehende Spieler und Spielerinnen. Ich würde sagen, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Alles ist im dichten Nebel gehören. Die Frage, ob das Spiel gut ist, könnt ihr euch selbst beantworten, Freunde. Ladet jetzt das Spiel runter, ist nämlich kostenlos. Und dann sehen wir uns in der Schlacht, aber ich hoffe für euch nicht, weil ich spiele nur den FV mit HE. Brandgefährlich bin ich, Abfahrt.